Und da bin ich auch schon wieder zurück mit dem Let's-Challenge-Kommentator Poké und Rokie, Hard-Mode alleine, Nerv, nein, äh, ich muss jetzt halt alleine hier klarkommen Keine Ahnung, ob die Kommentare dadurch leiden, ich glaube schon Ah, war mir so klar, dass der Linkkraft hoffen wird, aber egal Ja, die Blätter sind gut, die Blätter sind sehr gut Ja, die Blätter sind weniger geworden, aber sind immer noch gut, sind immer noch gut Krabben weniger gut Aha, ha, 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 bravo, Rol ist bisher doch am Leben Was soll das? Will das ein Teil von meinem Fluss wegspringen oder? Keine Ahnung, macht das was? Scheinbar nicht Ah, so viel zum Aufpassen hier, das ist doch seltsam Aua Meine Güte, meine Güte, ist ersetzend Aaaaaah Was bist du? Ah ja, gib mir das, das ist sehr schön Das kann ich sehr gut bekommen Boah Was ist das? Was bist du? Ach du Scheiße Was bist du? Hey, das sind genug N-N-Ipo-Äh, No-Pino-Goblins Äh, immerhin Hä? Haben sie keinen Verwendungstweck? Ich werde mich dir annehmen Ich werde den mir annehmen Ja, what the crap Ein Leben allein auf dem Floß Keine Ahnung, was abgeht Ah Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut Die stecken nichts ein Sehr gut Finde ich prima Aua Finde ich nicht gut Oh mein Gott Ich habe einen Schwanz Einen Schweif Ich weiß, wie man den benutzt Ich Habe Angst Habe sehr viel Angst Ah, der Boss ist sogar einfach Ich könnte sogar überleben Und Schüsse deflektieren ist auch ganz gut Ah Ist er tot? Nee, ist er nicht Er ist tot Er ist tot! Ich lebe noch! Funktioniert doch. Supergeil-o-matico! Yeah! Ich habe keine wirkliche Ahnung, wer da war, was der schwarze Mantel ist. Ich sah ihn mit einem seltsamen Goblin sprechen. Es war auf dem Friedhof, unter dem Fluss. Unter dem Fluss? Ach nee, äh, dem Fluss hinab. Äh, bei dem Friedhof. Aha. Dieser Octopus. Muss einer von ihnen gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, was da draußen ist. Also seid vorsichtig. Danke. Oder danke dir. Ja. Ja, der Nebel ist dick und eine gewisse Gruseligkeit liegt in der Luft. Als Poké und Roké zum Friedhof rennen. Oder in Richtung Friedhof rennen. Um den schwarzen Mantel zu jagen. Und seine Goblins. Das Friedhof-Mysterium. Das Friedhof-Mysterium. Ja, sehr gut. Was ist das? No, 1000 Punkte. 1000 Punkte näher kann niemand verwehren. Ha, 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 ha. Da der nur an mir vorbeischießt, kann ich da stehen bleiben. Muah. Und mein Arm kratzen, weil mein Arm gerutscht. Zombie... Zombie... Leder-Mäuschen... So, was geht's? Ja... Au! 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 Zombies... Zombies, die jetzt am... rumrennen. Kann ich da lang? Ne, kann ich da... Äh? Wie lang? Kann ich da kaputt machen? Ne, hä? Muss ich hier lang? Aha! 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 Muss ich auch schon den richtigen Weg flitteln hier. Meine Güte! Ja, noch ist alles okay. Wow! Oh mein Gott! Puh! Au! Was bist du? Bist du der Tod? Bist du der Tod? Ooooooh... Du hast mich gefunden. Du bist schlecht für... Was? Schlechtest du? Let me give you... What? Lass mich... warten... Du Scheiße... Meine Güte... Voll uncool... Meine Fresse! Aua. Da war der Knopf einen Tick zu spät und war... Aua. Nein! Tod. Ah, wer hätte das gedacht? Wer hätte es für möglich gehalten, dass ich nochmal sterbe? Ich nicht. Sicher das? Nein. Nun gut. Dann geht es eben nochmal in das Grabdingi hier, weil unten sowieso, keine Ahnung, jetzt wieder mit einem Blatt. Na super. Ja, perfekt. Das würde ich haben. Da drin. Nein, das war schon vor Ort. Also weiter draufballern. Weiter draufballern. Oh Mann. Und immer weiter draufballern. Was soll ich dazu noch groß sagen? Ich bin nur am Knopf festhalten und schießt. 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 Oh man. Naja, egal. Da muss jetzt der Reichweite die Feuerkraft weichen, weil... Ich demnächst wieder da bin, wo ich dann wenigstens ein bisschen Power-ups haben will. Soooo! Not bad for Nippuku. So, let me give you a reward. Lass mich dir einen Belohnung geben. Ja, Belohnung! Nein, nicht so eine Belohnung! Ja, komm. Mein Gott. Nein, das war zu früh. Das hab ich genau gesehen. Boah, Alter. Hör auf mit dem Scheiß. Ja. Ach komm schon. Bist du tot? Bist du tot? Ich lebe! Ich lebe! Der ist tot! Was ist das?! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ja, das kann ich nicht blocken. Schade eigentlich. Was ist das hier für ein Käse? Ja. Ja. Das ist auch sehr schön. Nämlich auch beides. Beides ist gut. Oh, Mann. Ah, was ist das jetzt? Ein Gin! Nicht euer Ernst! Warum ein Gin?! Was ist das? Ich lebe! Ich bin nicht entweder... Ich bin dann... noch mal bei den Gegnern. Aua. Von Gegner FIFA jetzt. Keine Ahnung. Aua. Was ist das denn für ein scheiß Fito? Nicht euer Ernst. Oh Gott. Warum mich die Leute immer so gerne fehlen sehen. Ich versteh's nicht. Ich kann's nicht verstehen. Nee. Oder ich weigere mich jetzt zu verstehen, wie das damit. So, dann nehmen wir jetzt das Firepower ab. Weil. Weil ich zu blöde bin auszuweichen und sowieso wieder verlieren werde. Genau. Keine Ahnung. Boah, verpisst euch, ihr Zombies. Aua. Na toll. Dann nehme ich eben wieder das. So. Na toll. Na toll. Ähm. Das ist jetzt so. Kein Kommentar würde ich so. Da sag ich mal gar nichts zu. Aber ich schätze mal, äh, ich sollte einen Kommentar abgeben. Sonst wäre das kein Let's Play. Also von daher. Erledigt sich ja mein, äh, schweigen, was ich eigentlich einführen will. Weil ich so gerade gnadenlos am Abflüchen bin. Eigentlich so wie es ist. Schade eigentlich. Schade. Ich hätte gerne einfach die Schnauze gehalten. Weil ich am Flamen bin. Ohne Ende. Aber das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Außerdem ist es genau das, was das Spiel es will. Es will, dass ich aufbüro zu reden. Nein. Ne. So. Nein. Nein. Mein Schüt-Schüt. Puh. Naja, versuch. Mach schneller. Oh wow. Das war wenig hilfreich. Ich hab gedacht, so spars du ein bisschen Zeitlevel, aber nö. Hab ich noch Blätter? Nein. Ne. Jetzt hab ich nur noch Blätter. Oh Gott. Einen Kp und nur noch Blätter. Geil. Ja. Ich würd mal sagen, wir sehen uns in Waschbälle. Klingt doch wie eine gute Idee, oder? Ja. Denk ich auch. Ach. Es ist warm. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich einen kurzen Halt eingelegt habe. Bis gleich. Bis gleich.